Rüstung ist immer ein Wettlauf. Es bedarf stets neuer Systeme, welche dann wiederum durch Neuentwicklungen obsolet werden und so weiter und so fort. Heute möchte ich über ein gewisses Element in diesem Kreislauf sprechen, dessen Geschichte ich sehr spannend finde und dessen Relevanz auch aufgrund aktueller Geschehnisse sehr hoch ist. Das wird nämlich dann auch die Frage klären, was sind die Vierecke auf russischen Panzern? Aufgrund des aktuellen militärischen Konfliktes in der Ukraine erreichen uns immer mehr Bilder von Kampfhandlungen oder was danach noch übrig ist. Wir sehen Unmengen an zerstörten und oder zurückgelassenen Panzern, aber auch anderen Fahrzeugen. Wer sich nun nicht wirklich mit diesen Fahrzeugen oder mit dem Militär allgemein auskennt, der kann mit diesen Bildern wahrscheinlich nicht so viel anfangen und sind wie mal ehrlich, das sind wahrscheinlich die meisten Leute, auch wenn aktuell jeder plötzlich Experte auf diesem Gebiet geworden zu sein scheint. Deswegen geht es heute um die sogenannte ERA, kurz für Explosive Reactive Armor. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Verstärkung bzw. den Bestandteil der Panzerung eines Panzers oder eines gepanzerten Fahrzeuges, welcher mit Hilfe von Sprengstoff höheren Schutz bietet, besonders gegen sogenannte Shaped Charges. Und je nach Modell bietet sie allerdings einen unterschiedlichen Schutz gegen unterschiedliche Arten von Geschossen und so weiter und so fort, dazu aber später etwas mehr. Das Ganze mag nun etwas paradox klingen, dass man mit Sprengstoff gegen die Zerstörung eines Fahrzeuges wicken will. Es ist allerdings nicht besonders schwer zu verstehen und das Ganze funktioniert grundsätzlich so. Die ERA besteht meistens aus Stahlplatten und Sprengstoff, der zwischen den Platten angebracht ist. Ein Sandwich quasi. Werden diese Blöcke von einem Geschoss mit ausreichender Kraft getroffen, werden die Explosionen durch den Sprengstoff ausgelöst. Die Platten fliegen dadurch dann in entgegengesetzte Richtungen. Auf das Projektil hat das zweierlei Effekt. Zum einen wird dem Geschoss mehr Masse in den Weg gelegt, also es benötigt dann mehr Kraft um durchzukommen und dadurch wird die Penetration verringert und zudem hat es auch einen Anfluss auf das Projektil selbst, dessen Spitze durch die Explosion beschädigt oder teilweise sogar zerbrochen werden kann, was natürlich die Effektivität stark verringert. So kann ERA den Schutz einer Panzerung enorm erhöhen, vorausgesetzt natürlich der ERA Block wird vom Schuss getroffen. Die Idee, dass man die Wirkung von Schüssen auf Panzern mit Explosionen lindern kann, ist allerdings keine besonders neue. Schon während dem Zweiten Weltkrieg experimentierten die Russen mit sogenannten Gegensprengsystemen. Man kam allerdings nie wirklich zu einem System, das funktionierte bzw. dessen Etablierung sich wirklich gelohnt hätte. So vergingen wieder einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, bis schließlich ein Deutscher eine Idee hatte. Dr. Manfred Held besuchte Israel nach dem Sechstagekrieg. Er war daran interessiert, wie effektiv Waffen mit Hohlladungen gegen die sowjetischen Panzer waren, die von der Gegenseite benutzt wurden. Es ist nun auch nötig, dass ich kurz das Prinzip von Hohlladungen bzw. auf solchen Projektil wird durch das Auftreffen auf das Ziel die große Sprengladung ausgelöst. Diese drückt dann den sogenannten Liner so zusammen, dass er verformt wird und sich ein Stachel bildet. Auf Englisch bezeichnet man das dann als den Jet. Entgegen weit verbreitetem Glauben allerdings wird der Liner nicht zum Schmelzpunkt gebracht und ist nicht wirklich flüssig, sondern verhält sich lediglich so. Er wird durch die Kraft der eben ausgelösten Explosionen verformt und in einen flüssigkeitsähnlichen Zustand versetzt. Auf Deutsch sagt man, er wird kalt verformt und das beschreibt es meiner Meinung nach recht gut. Diese Art von Munition, wenn sie gegen Panzer eingesetzt wird, bezeichnet man als Heat, das High Explosive Anti-Tank Munition. Bekannte Beispiele, die auf Hohlladungen setzen, sind beispielsweise die Panzerfaust, aber auch die Bazooka und generell sehr viele auch RPGs, die man so aus der Popkultur oder aus Filmen oder so kennt. Während, aber vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden diese tragbaren Antipanzerwaffen, die auf diese Systeme setzten, immer häufiger verwendet und wurden aufgrund ihrer Effektivität zur Bedrohung für Panzer. Man hatte Angst um seine Panzer, denn ein Infanterist konnte, wenn er richtig zielte und die Waffe richtig verwendete, mit einem Schuss quasi einen ganzen Panzer zerstören. Es ist also nicht wirklich erstaunlich, dass Held als Experte für Hohlladungen sich ansehen wollte, wie diese effektiv gegen die russischen Panzer wirkten. Dieser bemerkte bei seinen Nachforschungen etwas Spannendes. Auf einem Panzerfriedhof schoss er mit Hohlladungen auf die Türme russischer Panzer. Er stellte fest, dass in einigen Fällen kein doppelter Durchschlag durch den Turm erfolgte, also dass die Ladung nicht auf der einen Seite in den Turm eindringt und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Das war dann der Fall, wenn Munition im Panzer explodierte. Erschluss folgete also, dass man Hohlladungen durch Explosionen beeinflussen und deren Wirkung stark reduzieren konnte, sodass sie eben nicht mehr zur gleichen Penetration fähig waren, wie ohne die Explosionen. Er patentierte dann schließlich 1970 die ersten Versionen von ERA und ich habe das extra im Online-Patent-Archiv nachgeschaut. Held konnte allerdings weder Deutschland noch die anderen NATO-Staaten von seinem System überzeugen, zumindest aktuell noch nicht. Doch die Israelis waren anscheinend überzeugt von seiner Entwicklung und wurden somit das erste Land, welches ERA verwendete. Die sogenannte Blazer ERA und später wurde sie dann noch zur Super Blazer ERA weiterentwickelt. Nach Israel etablierte dann ein weiteres Land seine Version der ERA und da sind wir auch schon wieder näher am aktuellen Geschehen. Das war nämlich die Sowjetunion. Die Sowjets entwickelten die sogenannte Kontakt ERA und diese ist bis heute wahrscheinlich einer der bekanntesten und meist genutzten Formen der Explosive Reactive Armor. Heutzutage wird sie hauptsächlich von den Russen und von ehemaligen Sowjetstaaten verwendet. Es gibt dabei die Kontakt 1, also die erste von den Sowjets entwickelte Version. Dann gibt es auch die Kontakt 5, Relikt und auch Malachit. Wobei man sagen muss, das letztere, also die Malachit lediglich in den neueren Prototypen vorkommen soll, also unter anderem dem T-14 und der ganzen Reihe von neuen russischen Fahrzeugen, die noch nicht in der Armee effektiv verwendet werden und über deren effektiven Schutz man auch noch nicht unheimlich viel weiß. Ich habe jetzt viel über die Funktionsweise und die Geschichte von ERA gesprochen, doch ich glaube es jetzt mal an der Zeit darüber zu sprechen, was die ERA dann wirklich effektiv kann. Um die Stärke von Panzerungen bzw. Waffen gegen gepanzerte Fahrzeuge zu vergleichen, nutzt man den Begriff RHA, Rolled Homogeneous Armour oder zu deutsch Gewalzter homogene Panzerung. Gemäß dem Hersteller der Kontakt 1 ERA bringt diese bis zu 400 Millimeter zusätzliche gewaltste homogene Panzerung gegen Single-Stage-Standard-Hohlladungen. Schützt allerdings nicht gegen einfache, panzerbrechende Munition. Die weiterentwickelte Version der Kontakt 1, nämlich die Kontakt 5, wiederum tut das. Übrigens, Kontakt 5 sieht generell auch anders aus als die doch sehr charakteristische Kontakt 1 und ist deswegen wahrscheinlich auch etwas schwieriger zu erkennen oder als das einzuordnen. Sie bietet 400 bis 500 Millimeter zusätzlichen Schutz gegen RPGs und ATGMs, ATGM steht für Anti-Tank Guided Missile, sowie 200 bis 250 Millimeter gegen Heat-Panzer-Munition und Heat-Artillerie-Geschosse. Des Weiteren soll Kontakt 5 die Penetration von sogenannten APFSDS, das steht für Armour-Piercing-Fin-Stabilized-Discarding-Sabit-Munition, um 20% reduzieren. Somit sollen gewisse Panzer, die mit der ERA ausgestattet sind, gegen APFSDS mit Penetrationswirkungen von bis zu 400 Millimetern quasi sicher sein. Allerdings muss man auch sagen, dass moderne APFSDS sehr wohl dazu in der Lage ist, auch Kontakt 5 zu durchdringen. ERA findet sich in vielen Formen an verschiedenen Fahrzeugen von verschiedenen Ländern wieder, besonders in der russischen Armee. Für das untrainierte Auge kann es aber sein, dass diese vielfach nicht wirklich auffällt, besonders die moderneren Varianten. So sind zum Beispiel die Sideskirts einiger russischer Panzer mit Relict ERA verstärkt und die sieht recht anders aus als die Kontakt 1 Block ERA, die recht auffällig an die Panzer noch zusätzlich rangemacht wird. Das liegt unter anderem eben auch daran, dass Relict und glaube ich auch Kontakt 5 ein besonderes System haben, bei dem sie an die Panzer angebracht werden und teilweise auch in die Panzer eingesetzt werden, wohingegen die Kontakt 1 noch verhältnismäßig einfach an den Panzer befestigt wurde. Auch in diesen Taschen, die man immer wieder an russischen Panzern sieht, ist ERA. Ebenso in diesen Blöcken hier hinten am Turm. ERA ist ein relativ guter, ein relativ günstiger Weg, ältere Panzer zu abarmern, wie man sagt, also die Panzerung zu verstärken, um Schutz gegen ältere Waffensysteme, wie eben zum Beispiel RPGs zu gewährleisten, da diese auch trotzdem in vielen Konflikten noch häufig verwendet werden. Auch die Ukrainer haben ihre eigene Version von ERA zusätzlich zur alten Sowjet ERA, welche sie auch im aktuellen Konflikt benutzen. Und es gibt auch einige Fahrzeuge innerhalb von NATO-Ländern, die ERA nutzen, auch wenn sich im NATO-Bildnis diese Art des Schutzes geringerer Beliebtheit erfreut. Und so spannend und beeindruckend die Wirkung von ERA nun auch sein mag, natürlich hat es wie alles auch immer Nachteile. Recht logisch ist ja, dass sie nur da wirkt, wo sie den Panzer effektiv bedeckt. Das geht auch Hand in Hand mit der Tatsache, dass die ERA nur einmal ausgelöst werden kann und danach wieder neu befestigt werden muss bzw. ausgetauscht werden muss. Und nach der Detonation wird die Stelle, sofern es nicht direkt ausgetauscht wird, lediglich durch die eigentliche Panzerung des Fahrzeuges geschützt. Es gibt mittlerweile auch modernere Geschosse, welche sich eben diese Tatsache zunutze machen und deswegen besonders effektiv gegen die älteren Versionen von ERA sind, sogenannte Tandem Charges, bei der zwei Ladungen verwendet werden, wobei eine die ERA auslöst, um der zweiten quasi den Weg freizumachen. Des Weiteren sind auch Explosionen ein Risiko für nahestehende Infanterie, welche dadurch verletzt werden könnte. Das ist besonders bei ERA mit höheren Mengen an stärkerem Sprengstoff ein Problem. Es wird besonders auch bei modernerer ERA immer häufiger mehr Sprengstoff verwendet, um eben gegen modernere Projektile bestehen zu können. Deswegen muss man sich immer dann fragen, ob es sich effektiv lohnt, ERA auf die Panzer zu tun, besonders wenn man mit Infanterie zusammen vorrücken möchte, die man dann eben gefährdet. Zum einen durch die Explosion an sich, wie ich gesagt habe, aber zum anderen auch durch eben Schrapnell oder andere kleine Teile, die natürlich bei einer solchen Explosion durch die Gegend fliegen und Soldaten verletzen können. Es bleibt also eine recht komplexe Frage, ob sich ERA lohnt. Dabei kommt es natürlich auch immer auf sehr viele verschiedene, auch sehr landesspezifische Elemente an. Sowohl im Bereich der finanziellen Mittel, also ob man sich nicht eventuell modernere oder bessere Dinge leisten kann, als auch was die verschiedenen Doktrinen und generellen Ideen der Kriegsführung ganz grundsätzlich angeht. Im Westen herrscht ja auch eine ganz andere Mentalität und Designphilosophie in Sachen Armee, aber auch besonders in Bezug auf die Panzer, als es im Osten der Fall ist. Und das ist natürlich auf sehr viele historische Gründe und Einflüsse aus dem 20. Jahrhundert zurückzuführen, teilweise aber auch schon viel früher. Und man sieht das auch schon, wenn man die Panzer nur vergleicht, wenn man sie nur nebeneinander stellt. Dabei haben wir noch nicht mal über die strukturellen Unterschiede der Heere gesprochen und das ist recht eindeutig eine Wissenschaft für sich. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Menge an Gründen, wieso NATO die ERA in einem viel kleineren Ausmaß und anders verwendet, als die Russen es tun. Das wiederum wäre aber ein Thema für ein anderes Video. Aber ganz unabhängig vom Nutzen dieser Technologie wollte ich auch einfach ein Video darüber machen, weil ich die Geschichte und die generelle Funktionsweise dahinter recht spannend finde und ich denke, dass die meisten Leute gar nichts davon wissen. Wie bereits zu Anfang dieses Videos erwähnt, ist die Rüstung auch immer ein Wettlauf. Aktuell gibt es vermehrt moderne Waffensysteme, welche ERA, besonders in Bezug auf ältere ERA-Modelle, scheinbar recht effizient umgehen können. Besonders aufgrund des aktuellen Konflikts sind Dinge wie zum Beispiel Enlow oder Javelins natürlich in aller Munde. Aber wichtige Systeme sind zum Beispiel auch die Stuchner P, die meiner Meinung nach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, weil jeder immer nur über die westlichen Antipanzersysteme spricht. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass das noch lange nicht bedeutet, dass jetzt die Zeiten der ERA vorbei sind oder dass das irgendwie nutzlos ist. Und auch wenn man die Bilder von kaputten Panzern sieht und sieht, dass eben die ERA da nicht ausgelöst wurde, beziehungsweise nicht drauf geschossen wurde. Sollte man nicht zu dem Schluss kommen, dass deswegen die ERA als Konzept absolut obsolet ist oder auch generell, dass die russischen Panzer obsolet sind, was ja auch etwas ist, was man komischerweise immer häufiger liest. Wenn es sich um einen solch großen Konflikt handelt, dann gehen natürlich Panzer kaputt. Und auch wenn einzelne Elemente dieses Panzers dann nicht zum Schutz gegen bestimmte Waffensysteme beitragen, bedeutet das noch lange nicht, dass die generell obsolet sind und nicht in einem anderen Case auch nützlich sein können. Aber das ist wiederum eine ganz andere Diskussion. Aber ich wollte das dennoch einmal ansprechen, dass besonders auch gegen schlechte ausgerüstete Feinde diese Art des Schutzes durchaus noch Daseinsberechtigung hat und wie bereits zuvor erwähnt auch ganz eigene Vorteile hat, gerade in der richtigen Doktrine und in der richtigen Benutzung. Gerade weil auch modernere Rüstungstypen, wie es eben im Westen auch gibt, immer eine Preisfrage sind. Und es gibt aktuell sehr viele Experten, in Anführungszeichen, die recht wenig über die Designs von modernen Panzer verstehen oder generell von Panzerkampf recht wenig verstehen. Deswegen seid immer etwas vorsichtig, wenn jemand eine besonders starke Meinung vertritt. Also wenn jemand sagt, die Panzer sind eindeutig obsolet oder das ist so und das ist so. Also die Wahrheit liegt meistens ein wenig zwischen den beiden Extremen und ist meistens nicht so einfach zu beschreiben. Ich danke euch, dass ihr euch dieses Video hier angesehen habt. Vielleicht möchtet ihr euch diese beiden Videos hier auch noch ansehen und eine positive Bewertung und ein Abo dalassen auf diesem Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, der von diesem Video auch profitieren könnte, dann könnt ihr es auch gerne teilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Peace.